Mike Kees wird nicht wie Anfang der Woche bei der Promi-Box-Veranstaltung, Fame-Fighting, in den Ring steigen. Der Kampf ist abgesagt. Alles aus, wie, Fame-Fighting, gerade auf Instagram verkündete, wird, prominent getrennt, star Mike Kees nicht beim Challengers-Turnier im Mai antreten. Fame-Fighting, Statement zu Mike Kees angekündigt. Demnächst will Eugen Lopez seitens der Veranstalter ein Statement dazu abgeben. Anfang der Woche hatte Lopez die Entscheidung, mit Kees zu arbeiten, noch verteidigt. Für alle, die ihn nicht mögen, ist es doch gut, wenn er kämpft. Jetzt müssen Taten folgen. Jetzt kommt jemand, also sein Gegner, und haut ihm in die Fresse, auf sportliche Art und Weise natürlich. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Und weiter, überlegt mal, der war bei, Temptation Island, und hat nur Scheiße gelabert. Der war im, Sommerhaus, und hat nur Scheiße gelabert. Jetzt bei, prominent, getrennt, labert er nur Scheiße. Alle hassen ihn, der triggert jeden. Und jetzt droht er angeblich noch seiner Ex-Freundin mit Gewalt. Jetzt soll der doch mal zeigen, wie stark der wirklich ist. Schwere Vorwürfe gegen Mike Kees Nach der Verkündung hagelte es im Internet Kritik. Grund ist unter anderem, dass Kees noch Ehefrau Michelle Moonbollen gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Ariel Rippegether aus Angstanzeige bei der Polizei erstattet hat. Rippegether, die als Zeugin auftrat, hatte in einem Interview mit YouTuber Ramon Wagner berichtet, dass Kees ihr von Gewaltfantasien gegenüber Moonbollen berichtet habe. Kees bestreitet dies und beruft sich auf die Unschuldsvermutung. Bei den neuesten Vorwürfen handele es sich um Verdachtsberichterstattung, die nicht belegt werden könne. Inzwischen habe er Gegenanzeige erstattet. Fame Fighting Mike Kees sollte gegen Tim Kühnel kämpfen. Wie Lopez jetzt berichtet, sollte der Kampf gegen Tim Kühnel stattfinden, der Kees stellvertretend, für alle, die ihn nicht mögen, das Mail stopfen, wollte. Wie er betont, wollten viele den Kampf sehen. Allerdings hätten sich mehrere Gründe herauskristallisiert, warum Fame Fighting den Kampf absagte. Ausschlaggebend sei vor allem die Äußerung Kees gewesen, an Depressionen zu leiden. Wenn du gesundheitlich angeschlagen bist, kannst du bei uns nicht kämpfen, so Lopez weiter. Auch die Strafanzeige, die aktuell gegen Kees läuft, habe eine Rolle gespielt. Beide